hast du auch jemand plötzlich und unerwartet durch den tod verloren wie kann diese verlust verkraftet werden was hilft dabei das sind die themen in unseren dreiteiligen live stream am samstag 6 13 und 20 mai 2023 um 20 uhr auf youtube du bist herzlich eingeladen in jedem live stream bieten wir eine energiearbeit für unsere betroffene zuschauer natürlich kostenfrei ich freue mich auf euch bis dann